hey und so meine freunde ich bin es wieder euer thelink xp ich komme heute wieder mit einem neuen video und zwar wurde gerade heute also nicht gerade eben aber heute wurde ein neuer the lesson of Zelda Breath of the Wild trailer released und ich gehe mal gerade auf den auf den desktop kleiner moment und zwar der trailer heißt DLC und expansion pass trailer komplett unerwartet es gab noch nie ein selder teil in dem ein dlc enthalten war beziehungsweise ist überhaupt ein expansion pass gab dieses dlc zeug hat höchstens mal in hyrule warriors oder super smash brothers 4 sein platz gefunden aber bis jetzt noch nie an einem anderen selder teil beziehungsweise irgendwas selder relevantem ich bin mir auch nicht ganz sicher ob es jetzt irgendwo an anderen spielen von der von der wii u ein dlc gab aber das wären jetzt so die einzigen zwei spiele die selder relevant sind die etwas mit dlc zu tun hatten also bin ich jetzt mega gespannt was hier gezeigt wird die rezession ist erstmal negativ ich frage mich ob das wegen den dlcs ist also quasi wegen dem preis der dlcs weil die fans wissen okay ich muss noch etwas extra bezahlen mir persönlich ist das so scheißegal ich würde 100 euro bezahlen mir wäre das so egal wenn ich dafür noch mehr content hätte für meinen selder spiel das ist ja krass das ist doch immer der traum alle selder fans oder dlc man da kann man doch extra noch viel mehr story bekommen viel mehr was ist ich gameplay das ist ja krass viel mehr items ich habe keine ahnung wir wissen nicht was wir dazu bekommen werden durch die dlcs und deswegen gucken jetzt mal den trailer an und ich bin gespannt was uns hier jetzt gezeigt wird keine ahnung ich weiß nicht ich habe keine vorstellung was als die ist dlc durchgehen könnte als in einem selder teil vor allem im brest of the wild also bin ich mal würde ich mal sagen haben wir nicht mehr lang rum sondern starten wir mal rein gut los geht's ich habe den namen falsch ausgesprochen ich muss aber wir müssen lauter machen ich mache auch okay einmal im sommer einmal im winter wird es ein dlc geben für 20 euro und expansion pass ist gar nichts bezahle ich sofort auf den digital content wir drücken auf pause okay was für die gezeigt expansion pass bonus wenn man sich diesen boden wenn man sich diesen 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 pass kaufen mit dem man alle dlcs und alle zukünftigen dlcs bekommen wird bekommen wir drei neue schatztruhen eine findet man in den great plateau so heißt es einfach diese 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 dieses areal und dieses an die werden die werden darin gefunden und sie enthalten nützliche items und extra in game skins könnte man sagen anzüge das erste dlc pack was im sommer 2017 released wird wird ein neuer eine neue cave of trials challenge hinzufügen cave of trials das ist wohl eins dieser dieser schreine mit diesen kleinen ja diese kleine mini dungeons könnte man wohl sagen es wird einen neuen hart modus geben heißt wohl wie in twilight princess für die wii u das ist da wohl dass er mir herzen abgezogen bekommt es gibt keine herzen mehr zu finden und so weiter additional map feature heißt du kannst wohl irgendwie besser mit dem ab mit der mit der karte interagieren okay die ec pack 2 okay alles klar es wird eine neue story geben new original story heißt wohl es wird noch ein extra story teil geben in im zelda teil sehr geil sehr geil einen neuen dungeon heißt einen ganz neuen tempel also bei dungeons sind tempel und diese shika shrines werden glaube ich cave of trials genannt bin ich ganz sicher aber dann schon heißt für ein ganz neuer tempel noch dazu alles klar und noch mal additional challenges heißt noch mal extra herausforderungen das dlc pack 1 überzeugt nicht nicht überzeugt es nicht dlc pack 2 sehr überzeugend finde ich sehr geil ich glaube ich werde mir natürlich trotzdem beide holen weil wenn ich dieses expansion pass kaufe für 20 euro dann bekomme ich sowieso einfach beide dlcs und ich bekomme noch ich versuche einfach alles zu bekommen zu bekommen in dem spiel heißt ich werde mir das höchstwahrscheinlich holen allerdings wenn ihr euch entscheiden würde zwischen dem ersten und dem zweiten auf jeden fall das zweite holen das kann ich jetzt schon sofort erkennen das erste dlc pack bietet nichts nichts krasses zu dem spiel okay schauen wir mal weiter ob hier noch irgendwas gezeigt wird ich liebe den soundtrack auch so geil Ist richtig gut gemacht Ich will auch die Limited Edition haben Für Breath of the Wild Aber ratet mal was Sie ist dauerhaft ausverkauft Auf Amazon Auf Saturn kann man sie gar nicht erst kaufen Saturn.de Und andere Websites bieten den auch nicht mehr an Man kann nur noch auf Ebay für 140, 150 Euro kaufen Die Limited Edition Ich hab mir jetzt erstmal sowieso die normale Version gekauft Für 70 Euro waren es auf Saturn Der Preis geht ja nochmal runter Heißt Ich werd mir die Limited Edition wahrscheinlich nicht kaufen Aber wenn sie zur Verfügung dein sein wird Dann hol ich sie mir Das hol ich mir auf jeden Fall Aber ich glaub diese Chance werd ich nicht ergreifen können Weil sobald die einmal ganz kurz verfügbar ist Wieder weil einer seine Bestellung Storniert hat Dann sind sofort zicke Dudes da Die das nach zwei Sekunden sehen Und dann sofort draufklicken und kaufen Okay DSCs Ich mein Kommentare Okay Alles klar Also Die ganzen Dislikes kommen nicht wegen dem Content Den der DLC bietet Oder das der DLC bietet Sondern weil es DLCs generell gibt Bin ich kein Fan von von DLCs Aber in meiner aller Lieblingsspielereihe akzeptiere ich das auf jeden Fall Ich finde das sehr gut DLCs sind ja was Gutes Vor allem hier haben sie es nicht teuer gemacht Muss ich sagen 20 Euro für zwei DLCs Komplett Für jeden Kaufbar Es ist nicht Kann man sich Auf jeden Fall leisten Ganz klare Sache Finde ich sehr gut Dass da Nintendo so fair ist Und auch den Preis Akzeptabel macht Eine Relevanz zum Spiel Kostet 65 Euro 20 Euro Ja es sind ein Drittel quasi Oder ja Nicht ganz ein Drittel vom Spiel Den man nochmal extra bezahlen müsste Also ein Drittel des Originalpreises Den man jetzt nochmal extra bezahlt Ist aber für mich gar kein Thema Ist gar kein Thema Für die die wenig Geld haben Sag ich Sollen sie jetzt gerade anfangen Zu sparen Und dann in zwei Monaten Wenn sie ihr Taschengeld gesammelt haben Wenn sie jeden Monat 10 Euro Taschengeld bekommen Dann sparen sie halt 10 Euro Und haben dann in zwei Monaten Das ganze Geld zusammen Ist nichts Schlimmes Und sowieso Also Ich verstehe jetzt nicht Man muss es ja nicht kaufen Das DLC Also man ist ja nicht gezwungen Jetzt Vor allem Das erste DLC Ist auf keinen Fall Ein Muss Das zweite DLC Hingegen Sag ich Okay Für die Tryhard Zelda Fans Ich mach auch gerade Auf mein Gesicht Ist es auf jeden Fall Ist es ein Muss Eigentlich schon Also Für mich ist es ein Muss Und ich hol es mir auch Deswegen kann ich sagen Ich verstehe teilweise Warum die Fans So abgefuckt sind Oder so negative Rezessionen da lassen Allerdings glaube ich auch nicht Dass das die Die richtig harten Fans sind Ich glaube das sind eher So die Fans Die Darauf aus sind Hauptsache Kritisieren Hauptsache jetzt mal Irgendwie Weiß nicht Stress ablassen Weil Keine Ahnung Weil ihr Tag schlecht verlaufen ist Oder sonst was Weil jeder Fan Von Zelda Jeder Zelda Fan Sagt Sie sind bereit Noch mehr Geld auszugeben Für extra Content Weil Zelda so eine Geile Spielereihe ist Deswegen Bin ich jetzt mal so Krass Und erlaub mir zu sagen Dass das alles hier Die sich so krass beschweren Sagen Die sind doch total scheiße Ich sag einfach Das sind keine richtigen Nintendo Fans Das sind keine richtigen Zelda Fans So in dem Sinne Also Kann ich nicht verstehen Muss ich sagen Kann ich nicht ganz verstehen Könnt ihr mir auch gerne Was in den Kommentaren lassen Wenn ihr das jetzt krass findet Dass ich das so jetzt sage Ähm Aber Das ist einfach mal Gerade meine Meinung Und ich bin mal gespannt Ob es hier auch Leute gibt Die das gucken Die da vielleicht ganz anderer Meinung sind Die vielleicht sagen DLCs gehen ganz und gar nicht Weil Wie gesagt Meine Meinung dazu ist Ich bin generell sehr offen Für Neues Und In der Spielereihe Also Legend of Zelda Etwas Neues Also diese DLCs hinzuzufügen Ist gar nichts Schlechtes Finde ich Vor allem beim zweiten DLC Wo es noch einen extra Dungeon gibt Ähm Muss man allerdings jetzt aufpassen Dass durch die DLCs Der Das Content Vom Also dieses Hauptcontent Vom Spiel Nicht zu sehr verändert wird Es soll Im Grunde noch das gleiche sein Es sollen nur Eigentlich kleine Addons sein Deswegen Einen ganzen Tempel Und eine ganze Storyline Die muss gut gestaltet sein Wenn die nicht gut ist Dann Wird ein riesen Shitstorm kommen Und Nintendo Kann erstmal einpacken Ähm Das zweite DLC Muss sitzen Deswegen kommt es wahrscheinlich Auch erst im Winter 2017 raus Wenn das nicht sitzt Dann haben wir ganz großes Problem Ähm Aber Nintendo hat bis jetzt immer Auf seine eigene Art und Weise Geleistet Was die Fans haben wollten Ähm Mal auf komischen Wegen Ähm Ähm Aber Keine Keine Wie sagt man das so Spielzerstörende Bugs Da hinzugefügt werden Dass dann auf einmal nicht Ich bin mega gespannt Auf die Speedrunning Szene Wie die dann mit The Legend of Zelda Dann zusammenhängen wird Wie die Was sie dann bei diesem neuen Teil Alles machen werden Weil wir ja wissen Äh Gesagt bekommen haben Dass Ähm Man Breath of the Wild Theoretisch Nach 20 bis 15 15 Minuten Also 15 bis 25 Minuten Durchspielen kann Deswegen bin ich sehr gespannt Was da An der Speedrunning Szene So alles Äh Gemacht wird Weil Ich kann mir da richtig gute Verschiedene Ähm Speedruns Vorstellen Das wäre sehr cool Mit diesem extra DLC Weiß ich nicht Inwiefern sich da die Speedruns Verändern werden Aber ich hoffe mal Dass da kein Bug Dann entsteht Wo du dann auf einmal Irgendwie Ich weiß nicht Du bekommst das Item Kannst dich da komplett Durch die Wände glitschen Und bist dann sofort Bei der Endscene Vom Spiel Oder sonst was Das finde ich gar nicht gut Es soll Es soll Immer noch eine Herausforderung sein Das Spiel zu Speedrunnen Weil ich mich da auch Dransetzen will Und gucken will Ob ich das vielleicht auch Irgendwie schaffe Da Ein Rekord aufzustellen Genau Ja Ähm Ich glaube soweit War es das alles Ähm Ich habe nichts mehr Hinzuzufügen Ähm Keine Ahnung Wenn ihr diese Art von Videos mögt Dann wäre es cool Wenn ihr einen Daumen hoch da lasst Ähm Positive Bewertung Ähm Vielleicht noch ein Kommentar Falls ihr irgendwas zu sagen habt Irgendwas zu Wie gesagt Der DLC Geschichte Oder auch zu diesen Videos generell Oder Ja Auf was ihr euch so freut Was Nintendo so die nächste Zeit Rausbringen wird Äh Ich freue mich auf jeden Fall Und ich hoffe Ihr habt noch einen schönen Tag Leute Haut rein Ciao Ciao Ciao